Können Sie uns bitte sagen, wie Sie einen roten Faden definieren und wie man diesen in eine schriftliche Arbeit einbaut? Der rote Faden in einer Bachelorarbeit, das ist eine sprachliche Metapher. Was ich damit meine ist, und was ich auch meinen Studierenden immer mitgebe oder versuche mitzugeben, ist Folgendes. Den roten Faden findet man am besten dann, wenn man sich vorstellt, dass man das, was man präsentieren möchte, zum Beispiel einem Freund oder einer Freundin wirklich nahe bringen möchte. Und dass man sich dann von Anfang an überlegt, was muss der, das erste ist vielleicht, was muss ich eigentlich sagen, damit meinem imaginierten Gesprächspartner klar wird, warum mich das überhaupt interessiert. Ich muss einmal klarmachen, was ist eigentlich das Spannende an der Sache? Warum möchte ich mich damit beschäftigen? Und dann muss ich mir überlegen, was muss der oder die, dem ich das erläutern möchte, was muss der vorher wissen, damit er jetzt meine Argumentation versteht. Dann muss ich mir überlegen, was muss ich dem vorher an Vorbereitungen liefern, welches Fundament muss ich legen, um darauf jetzt meine Bausteine aufzubauen. Und dann Schritt für Schritt muss ich mir immer wieder die Frage stellen, das, was mir jetzt vielleicht klar ist, habe ich das so in eine Form gebracht, dass das einem Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin auch klar werden kann. Und das ist für mich die, das ist für mich diese, diese Metapher vom roten Faden, nicht? Es muss irgendwie eine, es muss eine Geschichte geben, es muss einen Anfang geben, es muss eine Mitte geben, es muss ein Ende geben. Wenn das gelingt, dann ist auch die Bachelorarbeit gut erledigt. Und anknüpfend an ihre erste Frage, weil sie gefragt hat, da sind wir wieder bei den transferierbaren Kompetenzen. Ich glaube, diese Kompetenz, kommunikationsstark zu sein, eine Geschichte so aufzubauen, dass sie ein Gegenüber gut auffassen kann, dass man irgendwie, dass klar wird, wo habe ich begonnen? Was verwende ich? Wie komme ich zu meinem Ergebnis? Warum ist das Ganze eigentlich interessant? Wenn das gelingt, glaube ich, hat man nicht nur eine gute Bachelorarbeit geschrieben. Ich glaube, man hat auch, um es so pathetisch auszudrücken, etwas fürs Leben gelernt. Ja, roter Faden ist, dass ich verstanden habe, was ist mein Thema? Wo möchte ich hin? Wo soll die Reise hinführen? Und was nehme ich auch daraus mit, beziehungsweise was ist eben meine Erkenntnis aus dieser ganzen kleinen Forschung, die ich da eigentlich durchgeführt habe? Und da kann man natürlich, es ist hilfreich, es gibt einfach ein gewisses Inhaltsverzeichnis, man kann sich da an klassischen Strukturen einfach behelfen, aber man kann auch natürlich selber einen roten Faden legen, indem man einfach versteht, was man tut und dadurch einfach das so schildert, dass das Thema einfach abgehandelt wird, dass man beim Lesen einfach merkt, dass da, ein roter Faden vorhanden ist. Das ist aber individuell unterschiedlich, da sind alle Studierende, also ist jeder Studierende anders. Der eine macht lieber, dass es eine gewohnte Struktur hat, der andere ist aber kreativer und kann das auch ohne diese Struktur, also da kann man jetzt nicht, also das macht jeder so. Der rote Faden steht und fällt, finde ich, mit einer klaren Fragestellung. Diese Fragestellung wird in Zusammenarbeit mit der betreuenden Person erstellt und an dieser kann sich der Studierende während der Erstellung der Bachelorarbeit quasi entlanghangeln. Bei uns beginnt eine Bachelorarbeit mit dem Erstellen der Einleitung. Wenn man zum Beispiel die Fragestellung beantworten möchte, welche Effekte grüne Tee auf die Diabeteserkrankung hat, dann geht man einerseits einmal auf die Erkrankung Diabetes ein, erklärt die Erkrankung, die Häufigkeit, die Symptomatik, eventuelle Therapiemöglichkeiten. Das gleiche macht man natürlich auch dann für den grünen Tee. Man erklärt das Lebensmittel, die Inhaltsstoffe, produktive oder negative Einflüsse dieses Lebensmittels und so hangelt man sich quasi entlang. Im Methodikteil beschreibt man dann, dass man die Literaturrecherche durchgeführt hat und im Ergebnisteil geht man dann auf die einzelnen Publikationen, die man zu diesem Thema gefunden hat, beschrieben hat und ausgewertet hat, näher ein. Die Diskussion soll die eigenen Ergebnisse der Literaturrecherche in einen Gesamtkontext bringen und im Licht des aktuellen Forschungsstandes näher beleuchten. Wenn man sich während dieser Arbeit immer wieder auf die Fragestellung bezieht, dann kann man den roten Faden auch ganz gut weiterverfolgen. Der rote Faden ist aus meiner Sicht zu seinem Modebegriff geworden. Alle sprechen von dem roten Faden und ich weiß, dass es natürlich ein wichtiger Begriff ist, aber ich glaube, dass es viele Studis gibt, die mit dem Begriff rote Faden überhaupt nichts anfangen können. Es ist so ein abstrakter Begriff, der Ihnen nichts sagt. Ich kenne eine Kollegin von der Universität Wien, die tatsächlich in den Lehrveranstaltungen auch einen roten Faden mitbringt. Also es ist eh so ein Seil. Und am Beispiel dieses Seils wird dann gezeigt, wie der rote Faden funktioniert. Also wenn man das auf diese Art und Weise visualisiert, dann kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen. Aber ich verbinde den roten Faden mit dem Begriff Kohärenz. Das heißt, dieser logische Zusammenhang. Ich gehe eigentlich von der Annahme aus, dass alle Studierenden oder die meisten Studierenden wissen, dass die Arbeit logisch aufgebaut sein muss. Ja, das ist etwas, was irgendwie logisch ist. Und sie wissen aber nicht, oder anders, sie wissen nicht, von welcher Logikperspektive dann eigentlich ausgegangen wird. Wird von meiner Logikperspektive ausgegangen, also von der Logik des Lehrenden oder der Lehrenden oder von der Logik des oder der Studierenden. Das heißt, das ist, glaube ich, ein problematischer Punkt, also dieser Perspektivenwechsel, weil das, was für mich logisch ist, muss für die Studierenden nicht unbedingt logisch sein und umgekehrt. Das heißt, dieser Begriff Kohärenz ist ein Begriff, der auch in jedem Bachelor-Seminar unbedingt thematisiert werden muss, explizit. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass das auch irgendwie gut visualisiert wird. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, Sie schreiben eine Bachelor-Arbeit zu dem Thema die Vermittlung des Wortschatzes im fremdsprachlichen Kontext mit Hilfe einer bestimmten App. Also es geht um das digitale Lernen. Es geht um das Thema Wortschatzvermittlung. Wir haben dann einen bestimmten fremdsprachlichen Kontext, den müssten wir auch noch definieren. Und ich gehe davon aus, dass alle diese Begriffe, die auch in dem Thema oder auch in der Fragestellung natürlich vorkommen, dass sie auch im theoretischen Teil der Arbeit vorkommen. Also sie müssen unbedingt thematisiert werden. Und je eingegrenzter die Fragestellung desto besser. Also die Fragestellung legt eigentlich fest, wie der theoretische Teil ausschauen wird. Und natürlich nicht nur der Theorie-Teil, sondern dann auch das ganze Forschungsdesign. Wie würdest du jetzt diesen roten Faden definieren und wie baut man den in die BA-Arbeit rein? Also der rote Faden in der BA-Arbeit, und das ist manchmal vielleicht etwas künstlich, wenn man das zum ersten Mal macht. Am Anfang sagt man, was ich vorhabe zu zeigen, ist dieses und jenes. In der Mitte sagt man, wo wir jetzt stehen in der Argumentation, ist so und so. Und am Ende sagt man, was ich gezeigt habe in dieser Arbeit, ist dies und das. Und das ist sozusagen der rhetorische rote Faden, den es gilt, in einer BA-Arbeit auch zu entwickeln. Das wirkt, wenn man das das erste Mal tut, vielleicht wahnsinnig didaktisch, aber darum geht es. Also das ist genau diese Form des moderierenden Schreibens und Sprechens, das diesen immerwährenden Dialog des wissenschaftlichen Austausches eigentlich ausmacht. Also einerseits moderiert man zwischen den Positionen von anderen, PrioritikerInnen, die man referiert in der Arbeit, die man paraphrasiert, die man zitiert. Und einerseits moderiert man auch, das ist manchmal ein bisschen seltsam, sich selbst. Man sagt, was ich jetzt vorhabe, ist dieses und jenes. Wo wir jetzt in der Argumentation stehen, ist hier und da. Was ich gezeigt habe, ist dies und das. Und das ist sozusagen der rhetorische rote Faden, der in einer Bachelorarbeit entwickelt wird. 1. 2. 10. 10. 15. 16. 16.